Der Einsatz von Laptops, Tablets oder PCs gehört heute zum Alltag der meisten Menschen. Für Personen mit motorischen Beeinträchtigungen können alternative Mäuse und Tastaturen den Zugang zu diesen digitalen Medien erleichtern oder sogar erst ermöglichen. Die Hilfsmittel können privat genutzt werden, aber auch der Einsatz am Arbeitsplatz oder in der Schule ist möglich. Im Zuge der Inklusion helfen wir so zum Beispiel dabei für die Nutzer und Nutzerinnen, die optimale Kombination aus Tastatur, Maus und Tablet zu finden und statten diese auch gleich mit den passenden Schreib- und Lernprogrammen aus. Auf diese Weise ist der Besuch einer Regelschule problemlos möglich. Das Schreiben längerer Texte ist aber auch ganz ohne Tastatur umsetzbar. Eine Spracheingabe-Software ermöglicht das Diktieren von Briefen oder E-Mails nahezu in Echtzeit. Der Einsatz unserer Kopf- oder Augensteuerungstechnologie in Kombination mit der passenden Eingabesoftware ermöglicht auch motorisch stark beeinträchtigten Nutzern und Nutzerinnen die uneingeschränkte Verwendung ihres Computers. Die Kombination der optimalen Hilfsmittel wird vorab zusammen mit unseren kompetenten Hilfsmittelberater und Beraterinnen aus einem umfangreichen Portfolio ermittelt. Auf diese Weise erhalten unsere Kunden und Kundinnen eine maßgeschneiderte Versorgung, welche ihnen den Zugang und die Nutzung des Computers ermöglicht.